Pike beendet Karriere mit roter Karte Bei seinem letzten Spiel der Karriere lässt Pike noch einmal seinen ganzen Frust freien Lauf. Ohne Einsatz in diesem Spiel wurde er mit Rot auf die Tribüne geschickt. Er war so wütend, dass er von Clubarbeitern in die Kabine gebracht werden musste. Du bist der Schiedsrichter, der uns am öftesten beschissen hat. Es ist eine verdammte Schande, ich SCH, auf deine Pfaff, Mutter. Das sind Aussagen, die von Pike getroffen wurden. Immerhin konnte er noch einen Clubrekord einstellen. Mit elf roten Karten teilt er sich den Rekord mit Hristo Stoichkov.